Musik Moin moin Leute, hier ist mein Video jetzt vom Sniper mit meiner neuen JNG 90 Und die Spachtel Murat ist auch wieder mit dabei Halt die Fresse du kleine Missgeburt du Ja ich bin auch mit dabei Und schlecht Ich glaube ich habe das Gameplay nicht so oft geloffen Idiot, Alter Nein Scheiß Heli Fick die Hände Alter Junge JNG 90 ist einfach nur geil und overpowered Jaja Jaja Und ich habe es wirklich nicht aufgenommen Obwohl ich F Nein gedrückt habe Alter Vielleicht die Taste verwechseln So wie du sie verwechseln kannst Beim ScreenShot machen wenn man so range können Oder erstmal so voll die ScreenShot-Taste spam Ja Ja Na dann Dann fange ich jetzt an Oder Ne wäre sinnlos Machen wir halt zwei Stück Guck Komm jetzt zeige ich euch mal einen Dorn check mit der Diegel Was der war bis dahin nehmen kann Ha Noob Ha Volltreffer Moin Tank Hab mich nicht gesehen Da rede ich nicht um Tank Nein Tut nicht Tut es was Ich spiele mit dem Pionierjungen Bаки P Völge W Hamm Nix neues und und nichts anderes Ha HH Achersfoten Mannes Oko ja das soll so ein scherz sein glaube ich Enrico Nahtor Aua Aua, Aua, fucking Tank, nein, tu's nicht Tank Level 6 Und das, und das ist der Ames Outfit Wurdest du schon erwischt, äh, wegen deinem Computer? Wie, wegen meinem Computer? Wegen deinem Computer Ach, das Gehackte? Ja Nein Vorhin, mein Vater kommt rein, sagt so, was machst du noch am PC? Und, und wieso sprichst du? Ich sag so, ich spiele ein Offenlandspiel und rede mit mir selbst Und er hat auch geglaubt Oh mein Gott Oh mein Gott Manchmal denke ich auch, wo bin ich gelandet? Das hat auch noch geglaubt Wenn ich der Vater wäre, würde ich auch denken, du wirst geistig behindert Ach, von, kann man oben? Ach, egal, ich versuche jetzt mal ein 300 Meter Köln Im Video Natürlich versuchst du das Ja Ich hab ja schon mit der JNG 302 Meter Ne, 306 wegen dir Aha Weil du so scheiß verreckt bist Wegen mir Im Snipen Bist du so ehemalig verreckt? Das ist wirklich kein Prüber Ja, äh, äh Ach, beste Video Scheißpilbeier Und zwei Videos davor oder ein Video 11.85 Fahrmars Alles drohe dran, Junge Scheißpilbeier Oh mein Gott Warum hat jeder Huren so in dir MP5, Junge? Weil die Morata heißen Alter, ich hab die ein paar Woche dabei, aber ich war egal, ne? Wer war damit? die mp5 und das ist mein team als nächstes level 18 hallo natürlich aber ich jedes mal nach dem level nicht weiterspiele ja kv ist es leck mich um im inrikus einmalig dass sie so eine ps-karte gekauft Nein du doch nicht hat mir nur Joel gesagt ich habe doch meine gut ersparte die kostenlose natürlich ja Enrico überträgst du doch weiter wer hat das nicht klappt bei die Klappe hat das auch nicht geklappt Lilla aber kein Scheiß-dubten Mock und das war 99 Meter von wo bis wo wird es selbst tun gerade von A nach D aha die Schütze schieße ich mal bevor wir gleich drauf gehen kaboom du du renn sohn das muss nur ausblieben nur Kempel ohne Scheiß am meisten und was für Wichser hier drauf sind ja mehr als eine halbe Stunde gebraucht um die ganze Video zu bearbeiten wollen diese Runde machst du Schluss und die nächste Runde nämlich auf okay bis gleich dann bis später bis zum nächsten Video Bye Bye Tschö Leute Halt da ein bisschen für einen Noob Camper Ammo okay ich glaube die dann bin ich da bin ich nehm jetzt die Legit und sie ist ein